Wir haben einen Verein mit fast allen Hochschulen im Land, hier geht es um die gründungsunterstützenden Einheiten dieser Hochschulen, aber auch mit den Wirtschaftsförderern, mit den Förderbanken und weiteren Akteuren. Das heißt, unsere Themen liegen, also wir sozusagen haben breite Schnittflächen in diese Institutionen hinein, in leere Forschung, Verwertung, natürlich Ausgründung, das ist unser Thema, da kommen wir her, da sind wir die Experten, aber es geht auch immer um Finanzierung, Begleitung, Infrastruktur. Wenn Sie da Interesse haben, sprechen Sie mich gerne an. Vielen Dank. Vielen Dank, Frau Dr. Rasmus. Und ja, von Kiel geht es wieder zurück nach Lübeck und mal in die direkte Praxis. Das Team Meetplace ist ein Anbieter aus dem Bereich künstliche Intelligenz und verfügt mittlerweile, ja das kann man sagen, über eine langjährige Erfahrung bei der Entwicklung von KI-Projekten. Und die Meetplace GmbH unterstützt eben Unternehmen beim Setup oder eben bei der Durchführung von den entsprechenden Projekten. Herzlich willkommen, Stefan Tekocianu von dem Unternehmen, da sind Sie.